Kommerzbank Tischtennis Cup bei Wolkersdorf. 12. Juni 2016 am Sonntag. Erstes Turnier von dreien am heutigen Tag. Gestern waren auch schon drei. Aufschlag Matthias Ullrich hat vom Versbuch Bach Einer der ganz großen Topspieler in dieser Kuba-Serie. Gegen Matthias Bauer Winkelheim. Schnell! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.